Es ist interessant, wie viele verschiedene Versionen es von einer bestimmten Religion gibt. Sunniten und Schiiten beispielsweise gelten beide als Islam, sind aber oft gegensätzlich zueinander, wobei die Sufi-Sekten ebenfalls als muslimisch gelten, aber mit ihren eigenen einzigartigen traditionellen Ritualen und Glaubensvorstellungen, die im islamischen Mainstream nicht anerkannt werden. Es gibt verschiedene jüdische Traditionen, in denen sich einige Juden an wörtliche schriftliche Interpretationen der Tora oder des Alten Testaments halten, während andere Juden sich auf mündliche Traditionen konzentrieren, die einige Kabbala oder esoterisches Judentum nennen. Und ebenso hat das Christentum auch viele Ausläufer, wo es die römisch-katholische Kirche gibt, an deren Spitze der Papst steht, und dann gibt es protestantische Gruppen, die den Papst nicht anerkennen, und dann gibt es agnostische Sekten, eine Form des esoterischen Christentums, die von den meisten anderen Gruppen als heretisch angesehen wird. Apokryphen ist ein Pluralwort, das ursprünglich versteckte oder geheime Lehren bezeichnete, die nur von Eingeweihten in einer bestimmten christlichen Gruppe gelesen werden sollten. Es kommt aus dem Griechischen und heißt verborgen. Was diese alten Bücher betrifft, so bedeutete das Wort Apokryphen ursprünglich ein Text, der zu heilig und zu geheim ist, um in jedermanns Händen zu liegen. Der Begriff wurde zunächst auf Schriften angewandt, die geheim gehalten wurden, weil sie die Träger esoterischen Wissens waren, das als zu tiefgründig oder zu heilig angesehen wurde, als dass es jemand anderem als einem Eingeweihten offenbart werden konnte. Später wandte die Kirche ihn auf Schriften an, die in irgendeiner Weise als bedrohlich angesehen wurden, und es kam die Bedeutung falsch, böse oder ketzerisch hinzu, die gewöhnlich mit Folter und Tod bestraft wurden, zum Beispiel lebendig verbrannt zu werden. Einige dieser apokryphen biblischen Texte wurden erst vor kurzem entdeckt, wie das Thomas-Evangelium, das 1945 in der Nähe von Nag Hammadi in Ägypten gefunden wurde und das erst in den letzten Jahrzehnten übersetzt und zum ersten Mal öffentlich gemacht wurde. Das bedeutet, dass viele dieser alten Schriften, die sich direkt mit Jesus befassen und ihn sogar zitieren, zu der Zeit, als die Bibel von King James zusammengestellt und redigiert wurde, nicht bekannt waren. Obwohl einige der Manuskripte wie das Thomas-Evangelium bis ins zweite Jahrhundert zurückdatiert wurden. Die Texte in der Bibel, wie wir sie heute kennen, wurden erst am Ende des vierten Jahrhunderts von der Kirche heilig gesprochen, aber davor kursierten hunderte anderer religiöser Texte in der ganzen christlichen Welt, die einst von christlichen Anhängern auch nach der Heiligsprechung der Bibel für wahr gehalten wurden. Mehr als 300 christliche apokryphe Texte, die nicht in der endgültigen Version der Bibel enthalten waren, sind heute bekannt. Einige dieser Texte erzählen von Dämonen und bösen Zauberkünstlern, die teuflische Magie ausüben können. Es gab eine Tendenz, die Überreste des Polytheismus mit Magie oder Zauberkünstlern oder Magiern zu identifizieren, die eine Gefahr für die christliche Gemeinschaft darstellen. Eine Geschichte erzählt von Peter, der engelhaften Wesen begegnet, die sich dann als Dämonen entpuppt haben. Ihre wahren Gestalten wurden aufgedeckt, nachdem Peter einen Kreis um sie herum gezogen und eine Art Antidämonengesang vorgetragen hatte. Nachdem die Dämonen offenbart wurden, schimpften sie mit Peter über die Misshandlung des Herrn gegen ihre Gattungen im Vergleich zu sündigen Menschen. Zu den bekannteren verbotenen Texten, die mit der Bibel in Verbindung gebracht werden, gehört das Buch von Henoch, dem Urgroßvater Noas, das einzigartiges Material über die Ursprünge von Dämonen, Riesen und gefallenen Engeln enthält, die auf die Erde kamen und sich mit menschlichen Frauen paten, die dann hybride Nachkommen zur Welt brachten. Die Beziehung zwischen Henoch und den Essenern ist bereits vor der Entdeckung der Schriftrollen des Totenmeers dokumentiert. Und ich habe die Essener bereits in einem früheren Video behandelt, zu dem ich in der Beschreibung einen Link hinterlassen werde. Und während die klassische rabbinische Literatur sich durch ein fast völliges Schweigen über Henoch auszeichnet, spielt das Buch von Henoch eine wichtige Rolle in der Geschichte der jüdischen Mystik. Musik In jüdischen, magischen und kabbalistischen Texten werden neben Lilith drei weitere dämonische Mütter erwähnt, die ich bereits in dem vorherigen Video behandelt habe, auf das ich in der Beschreibung verweise. Die anderen drei sind Naama, Igrad und Machalat. Nur eine von ihnen wird jedoch als die Mutter aller Dämonen bezeichnet und als die Mutter von Ashmedai, dem Prinzen der Dämonen, beschrieben. Dies wäre die Figur mit dem Namen Naama, die zufällig ein ziemlich geläufiger Name unter Frauen im modernen Israel ist. Während viel über Lilith geschrieben wurde und Mythen über sie vor allem während und nach dem Mittelalter recht berühmt geworden sind, ist über Naama außerhalb der Zoha, einem Grundlagenwerk der jüdischen Mystik, wenig geschrieben worden. Der Name taucht im vierten Kapitel des Buches Genesis zum ersten Mal als Nachfahre einer Dynastie auf, die ihren Ursprung im Kain hat, der seinen Bruder ermordete, und die mit Henoch fortgesetzt wurde, der manchmal mit dem Engel Metatron in Verbindung gebracht wird. Nach dem Mitrasch, einem alten Kommentar zu den hebräischen Schriften, war Naama ab dem zweiten Jahrhundert, was dem Talmud etwas ähnelt, die Frau von Noah und Schwester von Tubal-Kain, bekannt als der erste Schmied. Nach einer anderen Interpretation ist sie die Frau eines seiner Söhne. Jedenfalls soll Naama so schön gewesen sein, dass sie für den in Genesis 6 erwähnten Vorfall verantwortlich war, wo, Zitat, die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich Frauen, wen immer sie wollten. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die alte Mitrasch behauptet, dass sie eine der Töchter der Menschen war, die die Engel veranlassten, auf die Erde herabzusteigen und mit ihnen Unzucht zu treiben. Der Name wird auch als eine der siebenhunderten, Frauen von König Salomon erwähnt, aber in einem esoterischen Kontext soll Naama wie Lilith mit Adam Geschlechtsverkehr gehabt haben, und in okkulten Kreisen wird sie mit dämonischen Sexualritualen in Verbindung gebracht. Ihr dämonischer Charakter kommt im Soha Shadasch, wo es geschrieben steht, deutlicher zum Ausdruck. Yitzkak sagte, warum steht es geschrieben, und die Schwester von Tubal-Kain war Naama. Nun, sagte Rabbi Yitzkak, Sie war eine rechtschaffende Frau und gefiel Naama oder Nehima in ihren Taten. Rabbi Abahu sagte, der einfache Sinn der Schrift deutet darauf hin, dass sie, wie ihr Bruder Tubal-Kain, in der Metallbearbeitung ausgebildet war, wie es in der Schrift angedeutet wird. Er war der Stammvater aller Werkzeuge aus Bronze und Eisen und die Schwester von Tubal-Kain, Naama. Er erfand dieses Handwerk und seine Schwester mit ihm, wie es geschrieben steht. Und die Schwester von Tubal-Kain, Naama, sie war geschickt wie er. Das Und von Und die Schwester schließt sich der vorhergehenden Aussage an. Rabbi Bo sagte, sie war die Mutter der Dämonen, sie hat sie geboren. Denn sehen Sie, die Mutter von Ashmedai, dem König der Dämonen, heißt Naama. Viele Menschen haben ein Problem damit, zu verstehen, wie es sein konnte, dass Noah, ein Mann, den die Bibel als einen rechtschaffenden Mann beschreibt, der unter den Menschen seiner Zeit schuldlos ist, eine Frau heiraten würde, die zur Mutter von Dämonen wurde. In einer anderen Version soll sie die einzige Frau in der Generation der Flut gewesen sein, die ihre Reinheit bewahrt hat. So wird sie einerseits als eine rechtschaffende Frau gesehen und andererseits als eine schöne Verführerin. Ich werde auf diesen scheinbaren Widerspruch noch etwas später zurückkommen. Rabbi Bachya Ben Asher schrieb in seinem Kommentar zur Tora Folgendes über die vier dämonischen Mütter, unter ihnen Naama. Wir haben die Tradition, dass vier Frauen die Mütter von Dämonen wurden. Sie waren Lilith, Naama, Ikrat und Mahalat. Jede von ihnen verfügt über ganze Lager von Anhängern und von ihnen allen geht eine spirituell negative Aura aus. Man sagt, dass jede von ihnen während einer der vier Jahreszeiten des Jahres dominiert und dass sie sich am Berg Nispe versammeln. Dieser Berg befindet sich in der Nähe von Bergen namens Hoshek, was Dunkelheit bedeutet und jede von ihnen herrscht während einer der vier Jahreszeiten von Sonnenuntergang bis Mitternacht und sie und alle Mitglieder ihrer jeweiligen Lager. Nun, diese Beschreibung spiegelt Geschichten aus der europäischen Folklore über Hexen wieder, die sich zu bestimmten Zeiten des Jahres zu gemeinsamen Feiern versammelten, darunter Samuin oder Halloween, über die ich vor kurzem in dem Video letzte Woche berichtet habe, das einer der acht heidnischen Feiertage ist, die im Laufe des Jahres gefeiert werden. Aber die vier, die die jahreszeitlichen Verschiebungen darstellen, wären Jule für die Wintersonnenwende, Astara für die Frühlingstag- und Nachtgleiche, Lita für die Sommersonnenwende und Gabun für die Herbsttag- und Nachtgleiche. Die Weisen teilten die Jahre in vier Perioden ein, beginnend in den Monaten Tishrei, Tevet, Nisan und Tammuz. In den alten vorchristlichen Kulturen, ob man sie nun als phönizisch, babylonisch, ägyptisch, arisch oder heidnisch bezeichnet, waren diese spezifischen Jahreszeiten, die mit einer bestimmten Positionierung der Götter oder Himmelskörper am Himmel korrelierten, eine Zeit der, wie Anthropologen es nennen, Fruchtbarkeitsrechte, von denen die Wissenschaft behauptet, sie seien religiöse Rituale, die die Fortpflanzung stimulieren sollen. Aber in Mysterienschulen und Geheimgesellschaften geht es bei den Ritualen nicht um Fortpflanzung, sondern um die Nutzbarmachung der sexuellen Energie und die Ausrichtung auf die natürliche Welt, was oft mit Tieropfern irgendwelcher Art einhergeht, mit dem Ziel, eine Art magischen Zweck zu erreichen. Wie bei Lilith bestand Namas Hauptaufgabe als eine Dämonin darin, Männer in ihren Träumen zu verführen und sie dazu zu bringen, eine nächtliche Emission freizusetzen. Es ist diese Verführung, die ihr ihre doppelte Identität verleiht. Wie im Zusammenhang mit okkulten Ritualen können die Schönheit und der Charme einer Frau der Schlüssel zur Erweckung und alchemistischen Umwandlung kreativer Energie sein. Aber wenn keine Selbstdisziplin geübt wird, kann sie auch die Ursache für einen Verlust an Lebenskraft sein oder das, was die Franzosen La Petite Morte nennen, was übersetzt der kleine Tod bedeutet und in esoterischen Begriffen mit dem kurzzeitigen Verlust oder der Schwächung des Bewusstseins gleichgesetzt wird, wobei ich es in meinen früheren Videos das Verschütten des Bechers des Hermes nenne. So kann eine Frau also entweder als spirituell ermächtigend angesehen werden, indem sie einen Mann mit Prana, Ski, Vrill oder Lebenskraftenergie erfüllt und gleichzeitig das Potenzial hat, einen Mann schwach zu machen und in seiner Macht zu berauben, so wie es der Lila bei Samson tat, indem sie ihm symbolisch die Haare schnitt, die traditionell als Keuschheitsgelübde gewachsen waren, was nicht bedeutete, auf Frauen zu verzichten, sondern auf den traditionellen Höhepunkt zu verzichten und stattdessen die Energie umzuwandeln, anstatt sie auszustoßen. Natürlich sollen diese weiblichen Dämonen oder Sukkubus auch angeblich Kinder verschlingen, was, wie ich behaupte, nicht so wörtlich zu nehmen ist wie in der Welt der Magie, also Englisch Magic mit K. Ein Kind ist hier kein biologisches Baby, sondern stellt eine potenzielle Manifestation dar, die aufgrund eines Missbrauchs der schöpferischen Lebenskraft oder eines vorzeitigen Höhepunkts nicht mehr in die physische Realität gebracht werden kann. Das Missverständnis dieser okkulten Bedeutung hat zur historischen Dämonisierung der Frauen geführt, wo religiöser Aberglaube an die Stelle esoterischer Weisheit getreten ist und die symbolische Bedeutung hinter vielen Geschichten verloren gegangen ist. Während es immer noch geheime und nicht so geheime Organisationen gibt, die die alten Rituale auf dieselbe Weise zelebrieren, wie sie die esoterische Symbolik hinter biblischen Figuren wie der Schlange im Garten Eden verstehen, die in vielen Kunstwerken, die von Mitgliedern okkulter Mysterienschulen geschaffen wurden, als eine Frau dargestellt wird, die Adam und Eva dazu verführt, an der verbotenen Frucht teilzuhaben, führen diese okkulten Organisationen diese Rituale aus verschiedenen Gründen weiterhin im Verborgenen durch, angeblich um einen Verlust des heiligen Wissens zu verhindern. Aber leider scheint es, als seien sie von denen missbraucht worden, die nun die Menschheit versklaven wollen, anstatt sie spirituell zu befreien. Mein Name ist Robert Zepa. Ich bin Anthropologe. Meine veröffentlichten Arbeiten sind sowohl bei Amazon als auch über verschiedene andere große Buchhandlungen erhältlich. Sie sind ein großartiges Geschenk. Wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie das über patreon.com tun. Für diejenigen, die daran interessiert sind, sollte es einen Link in der Beschreibung geben. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Woche und hoffe, Sie bald wiederzusehen. Und ich hoffe, Sie wiedersehen.